Das Bürgerservicebüro der Hansestadt Wismar weist darauf hin, dass insbesondere für die Beantragung von Dokumenten sowie Wohnsitzanmeldungen oder Änderungen lange Terminwartezeiten bestehen. Die Ursachen für die Wartezeiten von ca. 10 bis 12 Wochen sind krankheitsbedingter Personalausfall sowie Fehlzeiten aufgrund erkrankter Kinder und Quarantänezeiten. Aufgrund dieser Situation, wie auch im Hinblick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen, kann nur eine begrenzte Anzahl von Terminen zur Buchung freigeschaltet werden, da es andernfalls zur Überbuchung kommen würde und bereits gebuchte Termine abgesagt werden müssten. Je nach Anzahl der anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wöchentlich zusätzliche Termine zur Buchung freigegeben. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass sich die Lage zum Frühjahr verbessert und bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Geduld und Verständnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017